Intuition sollte für jeden menschen eine hauptstärke sein Leider Gottes, in unserer sehr mechanischen Welt, in sehr intellektuellen Welt, überwiegt oftmals eher Rationalität Natürlich ist es wichtig und auch hilfreich, sich nach Fakten zu orientieren, nach Erfahrungswerten zu orientieren Nach den Tatsachen Doch, es ist eine Unterstützung, aber kein Ersatz für die Intuition Es hilft die Ratio, uns im Leben zu orientieren, aber das ersetzt das Leben, die Gefühle nicht Gleichzeitig gehen sehr, sehr viele sensible Menschen, die in der rationalen Welt sich verloren fühlen, in die Spiritualität Verlieren sich aber auch genauso schnell in der Welt, auch mit ihrer Spiritualität, wenn sie wiederum Ratio vernachlässigen und meinen Und wenn man aber nur sich in Gefühlen verliert, kann es auch passieren, dass man sich im Sumpf von Emotionen verliert Und diese überbrodernde Gefühle sind noch lange keine Intuition, sondern Gefühle von alten Verletzungen, die wiederum zu Vorstellungen und Fantasien auch einlädt Es ist so wichtig, und das sollte die Stärke eines Kosmogetikers sein, Herz und Verstand zu verbinden Dann kann uns die Intuition ein liebevolles Gefühl den Weg weisen, die Inspiration geben Und wir aber auch die Ratio haben, das Verständnis, dies auch konsequent umsetzen zu können Und auch konsequente, erfolgreiche Entscheidungen zu treffen Und damit ist es so wichtig, beides, Emotio wie auch Ratio, gleichwertig zu schätzen Niemals einseitig zu ticken Und Emotio und Ratio, diesen weiblichen und männlichen Aspekt in unserer Persönlichkeit Verbinden wir durch achtsame Atemübungen In dem Moment, in dem es uns gelingt, aus einem alltäglichen, eher flachen Atem, der voller Bewertungen und Hektik ist Regelmäßig immer wieder in einen tiefen, natürlichen Atem hineinzukehren Bauchatem, den Atem des Vertrauens Sind wir so mit unserem Körper verbunden, geerdet, sodass unsere Gefühle niemals überbrodeln, sondern ihre Entfaltung finden und auch wegweiser sein können Und unsere Gedanken niemals uns dominieren, sondern wir, der Herr unserer Gedanken sind, weil wir sie wahrnehmen und unterscheiden können Welcher Gedanke verdient jetzt meine Reaktion und welcher ihr nicht Und das können wir, indem wir in uns ruhen und tief in den Bauch einatmen Die Bauchdecke wölbt sich sanft nach außen In Ruhe ausatmen, die Bauchdecke zieht sich sanft zurück Und wir sind dann in unserer Vollkommenheit In unserer Einheit In unserem Körper In unserer Seele In unserem Geist Und da haben wir so eine Achtsamkeit So eine innere Instanz Guter Beobachter zu sein Dann sind wir weder ein Opfer Der Selbstunterschätzung Noch Täter Im Sinne der Selbstüberschätzung Sondern Sind einfach Ich Bin Liebe Präsenz und Freude Aus dieser Balance heraus Ist die geistige Anbindung automatisch da Du hast deine irdischen Wurzeln Den Boden unter den Füßen Weil du das Leben liebst und lebst Und gleichzeitig hast du deine himmlischen Wurzeln Du bist präsent Ausgeglichen Aufgerichtet Und deine Intuition leitet dich Dieses Gefühl Das ist jetzt stimmig Das ist jetzt Faszinierend Das ruft mich Und das verdient diese Idee Meine Reaktion Denn Wenn ich mich Dieser Idee stelle Und in diesem Urvertrauen Mir zutraue Meine Komfortzonen zu verlassen Neue Erfahrung Zu erleben Entfalte ich dann auch Mein Unermessliches Potenzial Und letztendlich lebe Intuitiv Voller Wohlbefinden Meinen vorgenommenen Seelenplan Bin ein Erfüllter Gütiger Mensch Gütiger Mensch Gütiger Mensch Gütiger Mensch Gütiger Mensch